Der dümmste und dreckigste Pirat. Jo Leute, willkommen dann mal wieder zurück. Ähm, mal gucken wieviel Uhr wir es inzwischen haben. Und, äh, mal gucken wer sich den ganzen Scheiß fängt. Ich hab ein Stück anguckt. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie weh tun, ja? Okay, rütteln, rütteln, rütteln. Ui, was für lachtmutzige Aufgabe. Wasser. Geh im Wasser. Ich warne dich. Okay. Hey, hör auf damit. Okay. Hey, still jetzt. Okay. Ey, cool. Guten Morgen, Captain Kenway. Ich hab ein Geschenk für euch. Echt? Meine Freiheit. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Marion. Ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagt man mir. Beeint ihr uns. Haha. Haha. Okay. Also ich hab jetzt wieder volle... So. Wie können die noch leben? Verreckt dran. So. Was ist denn... Erstmal. Erstmal mal raus. Maus hier raus. So. Äh. Alarmglocken sabotieren. Alte Freunde besuchen. Wirklich besuchen? Oder... Sollen die... Getötet werden dann? Äh. Erstmal... Munition erbeuten. So. Munition erbeuten. Und... Okay. 15 von 15. 15 von 15. Schatzkarte. Ein bisschen Geld. Äh. Eine... Und... Ich hätte gerne meine... Schwerter wieder. Wenn ich ehrlich bin. Gut. Ähm. Ich frage mich ja, wie ich jetzt die... Äh. Die Dings sabotieren möchte. Weil... Normal macht er das ja über... Oder mit einem Schwert. Okay. 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 Erstmal markieren. Erstmal alles markieren. Okay. Snacken wir uns mal den. Okidoki. Die beiden hole ich mit einem Doppelattentat. Die laufen relativ synchron. Das passt mir zumindest ziemlich gut. Kommt der? Der kommt. Der kommt. Das ist sogar gut, dass der mich gesehen hat. Einfacher für mich... Den auszuschalten. Gucken die da hinten in meine Richtung. Kommt. Kommt. Ups. Shit. Tot. Nichts pfeifen. Du sollst die Munition hier plündern, du Idiot. Du sollst die Munition hier plündern, du Idiot. Gott. Okay. Das hat überraschend gut geklappt. Auch wenn das nicht beabsichtigt war, dass die beiden ankommen. Hier muss doch noch irgendwo einer liegen. Egal. Okay. Er hat ein unsichtbares Schwert. Finde ich gut. So kann ich nämlich immer noch Alarmglocken sabotieren. Oh. 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 Der kriegt gar nichts mit, ey. Okay. Erstmal jetzt wieder markieren. Der ist tot. Ich brauche den. Danke. Wunderbar. Okay. Den müsste ich eventuell ausschalten da oben. Und erstmal erbeuten. Und den hier haben wir auch. Wunderbar. So. Jetzt muss ich einmal den da oben erstmal irgendwie markiert bekommen. Okay. Da war einer offensichtlich. So. Warum kann der sich da jetzt nicht hochziehen? Das muss man mir erklären. Okay. So. 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 Wenn ich mal eben. So. 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 ich schalte alle aus okay okay lasst das mal strecken okay im endeffekt nicht so gelaufen wie ich das gerne gehabt hätte und so können wir es natürlich auch machen okay da kommen die großen tot tot schade ich dachte ihn kann nicht blocken ist er tot gilt das trotzdem okay vor so vielen abhauen das funktioniert nur mit einer rauchbombe okay okay ups wie hat er das denn jetzt überlebt bitte okay einfach mal heiden und hier in der enke mal campen wo schmeißt der denn jetzt eine bombe hin okay weiter geht es erstmal mit dem kämpfen okay ich wollte gerade sagen shit jetzt haben sie die glocke geläutet so ein scheiß einmal da das ding ja ja komm mal her selber schuld was leute ist auch die glocke idiot und sabotieren so jetzt habe ich aber alle sabotiert hoch hier okay falsche seite so hoch ey gerade bist du hier auch hoch du bist doch hier gerade hoch gekommen du bist doch hier gerade hoch gekommen so du bist ja da und fall mal runter sehr schön so von oben können wir den ganzen äh die ganze aussicht mal genießen hat er die jetzt fallen gelassen ach was ein idiot was ein idiot okay dann würde ich aber sagen dass wir ups okay dass wir einmal noch hier die munition pländern können vielleicht kriegen wir die ein oder andere rauchbombe und kugeln sowieso das scheint mir auch eine muskete zu sein okay erwischt okay ja mach mal danke zack 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 und der kapitel ist tot von iniquöse das das wir zurück kommt mal her und zack 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 und erstmal wieder heiden haha easy und erst mal wieder ein viel zu einfach viel zu einfach die daraus zu locken was suchst du da ich muss echt mal gucken ob es nicht irgendwo ein assassin's creed gibt wo man halt alles nur auf halt machen kann was ist das ist das eine fackel ich muss mal eben wo ist die zusatz quest halt mit alte freunde besuchen ja so ich bin wieder da und jetzt ok so wo sind denn alte freunde von mir da sind welche aber es sind ja keine alten freunde es sind ja gegner ok und zack und zack und zack das ging ziemlich easy alle löchern oh ja voll der einhändige mit dem mit dem mit der unterarm klinge zusammen ist richtig cool der kampfstil und tür öffnen so ok mario und anna finden oh heil danke für den säbel ok kommt der wer auch immer mich da jetzt gerade gesehen hat zack tot und du bist jetzt auch tot was macht der denn da zack 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 kann ich jetzt ich kann jetzt nicht noch eine zweite waffe nehmen ja ok gut dann switch da die ich glaube das habe ich am anfang schon mal ausprobiert gehabt ich habe gehört dass man dich entdeckt und hergebracht hat was ist denn nur danach passiert aha ich wünsch dir glückmann hätten wir uns doch als freunde getragen ok das war mein erster alter freund wer ist denn mein zweiter alter freund dann Sag mir nicht, hier mein, äh, mein Quartiermeister. Okay, da steht doch einer. Ups. Äh. Shit, ich habe kein Messer. Warum habe ich kein Messer? Wo ist mein Messer hin? Okay. So. Komm mal hier, mein Quartier. Danke. Okay. So. Ja, ja, halt die Klappe. Halt die Klappe. Tot. So. Zack. Zack. erledigt nein, das machen wir jetzt noch nicht das machen wir später das machen wir später wir gucken erstmal, wo Freund Nummer 2 ist vor allem, wer Freund Nummer 2 ist weil mir würde keiner mehr einfallen ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur in so einer optionalen SideQuest abgehandelt wird, was ich mit meiner Crew noch mache weil das weiß ich selber nicht mehr ob da überhaupt nochmal Kontakt existieren wird einmal hier hoch da lang, da lang ok scheinbar sind die nicht hier wen auch immer ich treffen soll der scheint nicht hier zu sein ich gehe nochmal hier lang einfach nur um zu gucken äh na gut dann machen wir das so ich bin es Edward Edward? und wer ist das? alles gut, Anne er ist dein Freund was ist mit Mary? sie ist krank und ihr Kind? die haben es nach einer Geburt stütz dich auf zwei Schritte weit gehen ohne dass sie stehen bleibt so ich kann mir ungefähr vorstellen wer nochmal ein alter Freund ist aber ich glaube dann dann überlebt er das nicht wenn das der ist den ich denke das geht nicht warum gehen wir gerade so in Zeitlupe? danke es ist niemand hier ich gehe nicht ohne dich auf keinen Fall lass mich runter Edward ok lass sie runter lass sie fallen stirb doch nicht wegen mir geh das ist so eine Schweinerei verdammt du hättest die sein sollen die mich überlebt mein Teil ist getan und einer liebst du bei mir könnte ich es Mary ich bin bei dir bei dir bei dir herr die ist gestorben verteilen durchsucht ihr jeden Winkel Jetzt nimmt er die Leiche mit Äh Okay Ob ich da nochmal eben Waffen kaufen gehen sollte Okay Ähm Ups Scheiße Ich muss einfach nur dahin gelangen Feierabend Bist du bescheuert Zack Ich glaube ich könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen Hilfen wir mal bitte Zack So Tot Tot So Wo ist sie denn jetzt Nein du sollst nicht die Waffe du sollst die kurze aufheben So Nichts vernünftiges Huh Okay Okay also mein Freund hat dann irgendwo doch im Knast gehockt Die Mission war cool Die Mission war echt cool Und hat genau gepasst möchte ich einmal anmerken Ähm also wir sehen uns dann gleich im nächsten Part also bleibt gespannt bis gleich Oh So